Mein Name ist der Herr Schmitz. Ich bin hier über 20 Kilo aufgeholt und ist zum Beispiel bei uns da sind irgendwie in Kammleitern in der Operation, der hat Parkgegang aufzuhören. Ja, vor einem Jahr war ich noch gut bei 127 bis 135 Kilo. Ich war stark übergewiescht, ich war kein Arm beschadet, ich war unglücklich. Ich war isoliert, wenn ich so gucken kann und ich bin wie sowieso unflexibel und steif. Und das war dann mit der Bewegung gegründet und wie war der Sport auch noch gefällt. Der Moment war richtig für eine Änderung, um das Leben zu bringen und zu realisieren. Mein Papst hat auch einen Herzinfarkt gehabt, auch dieselben Probleme mit einem starken Übergewicht. Aber als 16 Jungen können dann eine gewisse Responsabilität kriegen. Ich habe schon die Ernährung angestellt, auf gewisse Sachen wie Chips Cola-Verzicht. Und bin ich mal ganz eng mit einem Fitnesstrainer zusammen eingeschafft, vernünftig sexuell an der Woche trainiert. Privat hat mich allein allgemein mehr bewegt. Motiviert, engagiert, diszipliniert. Hörnerbleiben, durch kleine Ziele und Resultate aus dem Ehrgeiz geklommen. Ich habe in den Schuhen geguckt, wie es alle einen guten Job haben. Ich habe in Spanien schon einen Freundeskreis, der keinen hat. Und da tut mir schon, dass ich die beste Schaffung gemacht habe. Wie ist der Wattre-Patron, hält einen dicken Übergewicht, ist ein Typ. Der denkt sich dann auch, was ist irgendwie eine Moral. Mein Freundeskreis hat mich unterstützt. Und mein bestes Kollegen mich dazu motiviert. Allgemein körperlich, glücklich fit, gesteigert, selbstwertgefühl, neue Perspektiven an mir werden rumhauen. Und schon einen neuen Elan für ein Neues. Und das sind die Beweisungen, wenn du willst, kannst du doch wirklich packen. Schwierig. Das war's. Ich hab' mit dem Barsch. Das war's. Das war's. Das war's. Was läuft? Das war die Mund.